Herzliche Einladung zum nächsten Online-Gottesdienst am Palmsonntag 2020 im YouTube und auf Facebook. Bitte bleiben Sie zu Hause und schauen Sie bequem an. Wir wollen besonders in allen Anliegen bieten, vor allem in Ihren Anliegen, dass wir gesund bleiben, gesund werden, vor allem uns vor Corona-Virus schützen. Schalten Sie also bitte ein am kommenden Sonntag bei mir auf YouTube-Kanal und Facebook um 10 Uhr. Herzliche Einladung. Bleiben wir zusammen, halten zusammen, aber mit Abstand. Ich freue mich, dass Sie auch diesmal sein werden. Tschüss.